Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Video Tutorial, wie man nach starken Quarzalszahlen ein Gap Down profitabel traden kann. Am Beispiel NLS, Nautilus, ist eine Firma, hast du vielleicht schon mal von gehört, die Fitnessgeräte herstellt, entwickelt und global aktuell, besonders in diesem Stay-at-home-Modus, in dem wir uns zum Zeitpunkt dieses Tutorials befinden, Stichwort Covid-19-Pandemie, Lockdowns rund um den Globus, eben eine verstärkte Nachfrage sehen und dennoch, trotz sehr, sehr starker Zahlen, die das Unternehmen hier am 22. Februar nachbörslich präsentiert hat, trotzdem kam es zu einem Gap Down von mehr als 18 Prozent und was da genau passiert ist und vor allem wie du das im Gesamtkontext einordnen kannst und dann tatsächlich Long traden hättest können, genau darum soll es im Folgenden eben tatsächlich gehen. Ganz kurz zu meiner Person, mein Name ist Jens Klatt, ich bin Gründer von jg-trading.com und hier wollen wir jetzt im folgenden Einblick eben auf diese spannende Kursentwicklung eben werfen. Zunächst wollen wir einen Blick werfen auf die Strategie, die dem zugrunde liegt. In der Tat, wenn du hier den diversen Tutorials im Laufe der letzten Monate, müsste man fast schon sagen, gefolgt bist, dann wirst du dieses Earnings Play schon mal in irgendeiner Form eben gesehen haben. Wir hatten das zum Beispiel im Zusammenhang mit Netflix zum Thema gemacht. Dort ist dann eigentlich die Basis, dass du eine entsprechende positive Reaktion auf gute Zahlen erwartest oder eine negative Reaktion eben entsprechend mit einem Gap Down entsprechend und dass du dann in Richtung der News und in Richtung des Gaps eigentlich planst zu traden. Wie gesagt, hier in diesem Fall müssen wir eine kleine Adaption vornehmen und dann wirst du eben auch erkennen, wie wichtig es ist, den Gesamtkontext, in dem wir uns aktuell eben befinden, dann in der Aktie grundsätzlich eben zu berücksichtigen bzw. was dann dann dazu geführt hat, dass eben tatsächlich es zu einem Gap Down gekommen ist. Zunächst einmal, bevor wir uns eben dem Trading von solchen Earnings Plays eben widmen, müssen wir zunächst einmal diese Aktie in unserer Watchlist auftreten sehen. Also die betrachtete Aktie sollte an dieser Stelle heiß sein. Was heiß bedeutet, dazu ein Blogartikel, verlinkt in der Descriptionbox dieses Videos, dann kannst du dir das mal durchlesen. Wir werden gleich im Folgenden die Checkliste hier durchlaufen. Die Erklärung, warum diese Komponenten eben wichtig sind, wie gesagt, die werden en detail in diesem Blogartikel eben tatsächlich dann dargelegt. Die Aktie war heiß, in Folge eben einmal des erhöhten Pre-Market-Volumens, welches wir gesehen haben, zum anderen sicherlich auch, weil das jetzt nicht ganz so üblich ist, dass eine Aktie dann mit mehr als 18% nach Earnings eben tatsächlich gappt, weder nach oben noch nach unten. Es kommt vor, ja, aber nichtsdestotrotz, es kommt nicht oft vor, dass die News oder die Earnings an der Stelle so gut sind und das Gap entsprechend so scharf auf der Unterseite eben stattfindet, außer es gibt ganz explizite Besonderheiten eben. Wir sehen hier, Quartalsergebnis überrascht, also deutlich positiv oder negativ. Das ist auch etwas, was im Zusammenhang mit eben der Strategie wichtig zu berücksichtigen ist. Es braucht also einen News-Catalyst, es braucht etwas, was wirklich hier für Action eben sorgt und was diese Aktie nicht nur in unseren Mittelpunkt des Geschehens rückt, sondern eben auch in den Mittelpunkt des Geschehens von institutionellen Marktteilnehmern eben tatsächlich rückt. Gap Up, Gap Down, habe ich jetzt schon drei oder vier Mal gesagt. Also mit mehr als 18% haben wir hier diese Schwelle von 3% auf jeden Fall deutlich erreicht. Und was wir jetzt eigentlich machen ist, dass der Trade darauf abzielt, sich in Richtung des Earnings Releases und gegen ein technisch relevantes Level oder mit Bruch eines relevanten Levels zu positionieren. Also das bedeutet etwas anders formuliert, ich habe das hier ein bisschen angepasst. Du wirst vielleicht bei den früheren Earnings Plays, die wir hier in Tutorials zum Thema gemacht haben oder auch in späteren Earnings Plays, die wir sicherlich noch in Folge zukünftiger Tutorials jetzt zum Thema machen werden, wirst du hier feststellen, dass es wie gesagt nicht nur das Earnings Releases, sondern vor allem in Richtung des Gaps wird hier normalerweise stehen. Aber in diesem Fall ist es eben die Besonderheit, dass die Earnings dem Gap eben konträr entgegenstehen. Und wie gesagt, dort muss dann die Frage gestellt werden, okay, was sorgt jetzt eigentlich dafür, dass wir so scharf abwärts gappen und vor allem wie nachhaltig ist das? Es kann durchaus sein, dass die Earnings sehr stark sind, aber dass das Unternehmen dann zum Beispiel eine sogenannte Forward Guidance oder Full Year Guidance, Revenue Guidance ausgibt. Das heißt also, sehr starke Zahlen veröffentlicht, aber dann zum Beispiel in Aussicht stellt, dass die Unternehmensaussichten in Zukunft nicht mehr ganz so prosperierend sind zum Beispiel. Das kann dann dazu führen, dass ganz besonders bei Growth Titeln, die viel im Hinblick eben auf eine zukünftige positive Entwicklung im Hinblick auf das zugrunde liegende Geschäft vieles bereits eingepreist haben und so ein bisschen ihrer Zeit vorweggelaufen sind, dass die dann natürlich ein sehr, sehr aggressives sogenanntes Sell the News zu sehen bekommen. Also das bedeutet, wir haben eben eine Erwartung, dass wir eine weiter wachstumsstarke Aktie eben hier haben. An der Stelle wird aber seitens des Unternehmens gesagt, Leute, seid nicht so optimistisch. Wir haben an dieser Stelle eher einen skeptischen Ausblick für die nähere Zukunft und infolgedessen gibt es dann eben scharfe Abschläge. Aber in diesem Fall ist das eben tatsächlich anders. Hier haben wir tatsächlich einen Katalyst, also einen Katalysator gesehen, einen Auslöser für dieses Gapdown, der eigentlich zeigt, man hat eventuell eine Art Luxusproblem, aber dazu gleich in der Folge mehr. Wir wollen uns zunächst einmal dem übergeordneten Bild widmen. Das ist ganz wichtig, dieses auch im Hinterkopf zu behalten. In diesem Zusammenhang sollte klar sein zum Beispiel, dass wenn ich jetzt einen News Release oder einen Earnings Release eben an dieser Stelle habe, sehr positiv ist und plane, die Aktie zum Beispiel dann Long zu traden, dass wenn das übergeordnete Bild sehr bärisch ist, zum Beispiel durch Entwicklung am Zinsmarkt, wie wir es jetzt gleich sehen werden, und eher Abschläge dann auf breiter Front zu sehen sind, also sei es sowohl im S&P als beispielsweise auch im Nersdaq, wie wir mit den US-amerikanischen Aktienmarkt betrachten, dann sollte an der Stelle natürlich klar sein, dann sollten wir mit eben Long-Engagement ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise den übergeordneten Modus berücksichtigen, zum Beispiel, wie weit ist die Korrektur schon vorangeschritten im übergeordneten Bild. Kann zum Beispiel sein, dass das übergeordnete Bild zwar bärisch ist, aber dass wir schon so in Anführungsstrichen ausgebombt sind, dass natürlich eine scharfe Gegenbewegung eben hier stattfindet und dann wäre ein positiver Earnings Release wiederum eines Unternehmens vielleicht sogar nochmal ein zusätzlicher Brenner, der dann entsprechend die zugrunde liegende Aktie nochmal schärfer positiv performen lassen würde, als es eben dann für den breiten Markt infolge einer einsetzenden Gegenbewegung, Korrekturbewegung der Fall wäre. Das ist also, weswegen wir das übergeordnete Bild anschauen. Spider ist der ETF auf den S&P 500, den wir hier uns anschauen. Du wirst gleich im Chart sehen, den wir in der folgenden Slide haben, dass das übergeordnete Bild bullish ist, handelt im Bereich weiterhin seiner Allzeithochs, aber ist im Korrekturmodus. Also wir haben eine Korrekturbewegung eingeleitet und das wird primär meiner Einschätzung nach dadurch begünstigt, dass wir eben eine Rotation von Growth-Titel in Value-Titel zu sehen bekommen, infolge nämlich Anziehen der US-Zinsen. Das ist so ein bisschen das aktuelle Umfeld. Hoffnung auf eine Rückkehr zum konjunkturellen wirtschaftlichen Normal, auch gesellschaftlichen Normal. Im Zusammenhang mit Covid-19, Coronavirus, Vakzinierung, also das heißt entsprechende Impfstoffversorgung und dann auch entsprechende Aufbreiter von stattfindenden Impfungen, eben, dass das eben diese Rückkehr zum Normal eben nach sich zieht. Infolgedessen sehen wir eben, dass die konjunkturellen Erwartungen anziehen und infolgedessen eben klassisch dann auch die Zinsen beginnen anzuziehen. Und das ist etwas, was natürlich besonders im Gesamtkontext Growth-Titel belastet, weil diese natürlich infolge dieses sehr, sehr expansiven geldpolitischen Kurses beispielsweise seitens der FED in den letzten Monaten sehr stark performt haben, auch durch ihre dann zunehmende Markkapitalisierung, ein zunehmend großes Gewicht in beispielsweise im S&P 500 eingenommen haben. Und das natürlich dann dazu führt, kommt es hier zu Kapitalabflüssen aus diesen Growth-Titeln zurück in Value, dass das eben dann dazu führt, dass beispielsweise der S&P unter Druck gerät, vielleicht andere Aktienindizes Outperformance-Potenzial sind. Also IWM, bzw. Russell 2000 wäre dann hier in diesem Zusammenhang zu nennen, aber das nur am Rande als zusätzliche Information. Wir haben den WIX, der weiter Elevated Volatility Levels anzeigt, also eine erhöhte Volatilität, oberhalb von 20 Punkten sich stabilisiert. Erneut auf dem Vormarsch ist, infolge eben dieser aktuellen Entwicklung am Zinsmarkt. Kurzzeitig auch ein Spike gesehen hat, das aber wieder abverkauft wurde nach der GME-Volatilität Ende Januar ganz besonders, die dann eben Sorgen nach sich gezogen hat. Also unterm Strich bleibt auf jeden Fall Volatilität, ist auch auf breiten Markt eben weiter elevated und demnach sind entsprechend Intraday-Swings in einem attraktiven Niveau, welche sich auch profitabel handeln lassen, entsprechend natürlich dann einkalkulierbar. So, hier einmal der Blick auf den Daily. Wir sehen eine Aufwärtsstruktur, steigende Hochs, steigende Tiefs. Wir sehen in diesem Zusammenhang hier eben diese leicht topische Tendenz nach dem Markieren neuer Allzeithochs. Wir sehen aber auch, dass wir eben weiter deutlich oberhalb des letzten relativen Tiefs eben tatsächlich handeln, dadurch also, dass es sich um eine Korrektur handelt, aber eben kein Trendbruch oder dergleichen. Davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Also das übergeordnete Bild bleibt alles in allem freundlich. Vielleicht kann man sogar so weit gehen zu sagen, dass wir hier in diesem Marktumfeld gerade eher so einen Modus haben, wo wir vielleicht auch schon diese By-the-Dip-Mentalität wieder in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Tatsächlich ist an diesem Tag, den wir hier betrachten, haben wir eine Abschläge-Korrekturbewegung gesehen, die sich im Nasdaq, also im Technologiesektor, auf über 3% innerhalb der ersten Handelsminuten beschleunigt hat. Und dann haben wir in Folge diverser Kommentare vom Fed-Chairman Powell, damals vom US-Senat, sprechende scharfe Gegenbewegung gesehen, der zum Beispiel einerseits sagte, das ist ein Spiegelbild, eben diese anziehenden US-Zinsen, also ein Bild dafür, dass eben die Hoffnung, die Erwartung seitens des Breitenmarktes sich mehr und mehr beginnt zu manifestieren, dass es eben diese Rückkehr zum wirtschaftlichen Normal gibt, dass es eine Gesundung der US-Konjunktur gibt, die schneller voranschreitet, als das vielleicht nach den ersten Abschlägen dort rund um den Covid-19-Crash, in Anführungsstrichen, im März 2020 war es, eben sich abgezeichnet hat und das aber parallel dazu dennoch, eben der Inflationsausblick, sagte Powell, glaube ich, eher gedämpft darstellt und das dann wiederum dazu führt, dass man eben weiter Geld politisch plant, aktiv zu bleiben. Das ist die Message gewesen, die der Markt wollte und infolgedessen es dann vielleicht auch zu diesem potenziellen Reverse kam, also dieser scharfen Gegenbewegung, wie gesagt, ganz besonders in den Queues an der Stelle. Und was wir jetzt allerdings machen wollen, ist, ausgehend von diesem übergeordneten Bild, was für Long Engagements immer noch relativ vorteilhaft eben sich darstellt, wollen wir diesen Blick auf eben diesen Einzeltitel Nautilus oder Kurzticker-Symbol NLS werfen. Ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Washington in den USA, ist der amerikanische, weltweite Vermarkter, Entwickler, Hersteller der Fitnessgerätemarken Bowflex, Modern Movement, Nautilus, Octane Fitness und Schwinn Fitness und auch Universal. Also, die einen oder anderen Marken hast du vielleicht schon mal im Fitnessstudio vielleicht gesehen an der Stelle, vielleicht hast du auch ein Produkt von denen tatsächlich zu Hause, also auf jeden Fall ein Unternehmen, was schon jahrelang am Markt eben tatsächlich unterwegs ist. Und was wir eben jetzt in diesem Zusammenhang machen, wir wollen den Blick darauf werfen, wie kann es sein, dass ein Unternehmen, welches so starke Quartalszahlen ausgibt, also EPS an der Stelle von 97 Cent, Ionics per Share, Gewinn pro Aktie, erwartet wurden 75 Cent. Der Revenue wurde leicht unter der Erwartung ausgegeben, aber immer noch sehr, sehr stark mit 190 Millionen für Q4 an der Stelle. Also das heißt, ich glaube, es war sogar ein Rekordjahr, welches man damit beschlossen hat. Aber das, was wirklich dafür gesorgt hat, dass die Aktie dann eben hier an der Stelle 18,35 Prozent down gappte, war, dass man eben hier lesen konnte, dass die Company, also NLS, said, there is a lack of ship containers. Also das heißt, es gibt aktuell nicht ausreichend Schiffscontainer, mittels welcher man in der Lage ist, die starke Nachfrage zu bedienen, beziehungsweise die Leute zu beliefern. Also das ist das Luxusproblem, von dem ich gerade sprach. Die haben im Endeffekt nichts anderes als eine Riesennachfrage, aber die wissen nicht, wie sie diese Nachfrage befriedigt bekommen, beziehungsweise die von ihnen hergestellten Produkte, die sie auch entsprechend verkaufen können, eben zu den Endverbrauchern bekommen. Und das ist natürlich etwas, das ist dahingehend problematisch, weil es hier dann natürlich Sorgen vielleicht schürt, dass sich das nicht auflöst, dass diese Lieferengpässe im Hinblick auf weiter voranschreitende Lockdowns, Covid-19-Verschärfungen, beziehungsweise ein ändertes Aufkeimen der Pandemie eben tatsächlich, dass das vielleicht dazu führt, dass sich dieses Problem zeitnah nicht beheben lässt. Ich denke, wie gerade eben skizziert, übergeordnet mit der Aussicht auf eine voranschreitende Impfstoffversorgung, Vakzinierung eben entsprechend der breiten Bevölkerung, dass das eher sich früher als später wieder auflösen dürfte und dass das eher ein Luxusproblem ist vor dem Hintergrund der weiter sehr, sehr starken, guten Nachfrage, die sich ja in den sehr starken Unternehmenszahlen widerspiegelt. Das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir in diesem Kontext eben dann davon ausgehen sollten, dass von diesen Abschlägen eher früher als später eben nichts überbleibt und dass es stattdessen eben mit zunehmender Nachfrage, besonders dann im Bereich um 20 Dollar aller spätestens denke ich, dass es dort eventuell dann zu einer sehr, sehr scharfen Gegenbewegung reicht. Und wir werden sehen, dass es genau so gekommen ist an dieser Stelle. Das war zumindest das übergeordnete Bild, was ich skizziert habe und welches dann eben in diesem Zusammenhang auch entsprechend diesen Trade nach sich gezogen hat. Die Kriterien, damit die Aktie heiß ist, aber dennoch, die wollen wir natürlich kurz durchgehen. Wie gesagt, wir haben das Gap Down, minus 18,35 Prozent, größer 3 Prozent, größer plus minus 3 Prozent müsste es eigentlich an der Stelle heißen, also dadurch wird die auf jeden Fall schon mal heiß, besonders nach einem Earnings Release. Wir haben eine ATR, die ebenfalls größer ist als 1 Dollar, auch das ist für mich ein wichtiges Kriterium, 2,37 Dollar an der Stelle. Das, was interessant ist, ist das Average Daily Trading Volume, das ist verhältnismäßig gering, ehrlich gesagt. Also 2,085 Millionen Aktien, die dann durchschnittlich pro Tag gehandelt werden, das ist zwar größer einer Million, aber dennoch eben in einem Bereich, wo es dennoch so ein bisschen gilt, vorsichtig zu sein und wo man ab einer bestimmten Handelsgröße, einem bestimmten Volumen, was man eben entsprechend dann auch im Aktienbereich Intraday Traded, ein bisschen vorsichtig vielleicht sein sollte, weil das nämlich das Risiko birgt, dass es eventuell schon das Risikoverhältnis technisch schwieriger wird, das optimal zu kalkulieren, ausgehend nämlich von potenziell auftretender Slippage. Auch hier in dem Zusammenhang sei der Beispiel der Spreads, auf den sei hingewiesen. Also eine Aktie, die im Schnitt, und so konnte man das mit der Price-Experte, wirst du immer noch feststellen können, die im Schnitt eben einen Spread irgendwo zwischen 10 bis 20 Cent eben hat. Das ist ein relativ breiter Spread für eine Aktie, die eben bei 25, 25 Dollar eben tatsächlich handelt und das eben auch dem Umstand geschuldet, dass dann eben hier das durchschnittlich gehandelte Volumen pro Tag verhältnismäßig gering ausfällt, also im Gegensatz zu einem Blue Chip eben tatsächlich. Und das ist etwas, was ich eben risikomanagement-technisch auf jeden Fall Berücksichtigung finden lassen sollte. Hier das Pre-Market-Volumen, an der Stelle größer 10% des ADTV, also das heißt, ich schaue mir hier an, ob mindestens 10% an der Stelle also über 200.000 Aktien in der Vorbörse zwischen 14 bis 15.30 gehandelt worden sind. Wenn dem so ist, dann ist das ein Indiz dafür, dass die Big Play, die institutionellen Marktteilnehmer eben entsprechend hier aufmerksam werden auf die Aktie und dass die offensichtlich auf diese News aktiv werden, an der Stelle. Eventuell hat das auch dann ausgehend eben von diesen Entwicklungen, zieht das nach sich, dass vielleicht institutionelle ihre Positionen auflösen, beziehungsweise nochmal nachladen, weil sie das eben genauso interpretieren, wie ich es eben an der Stelle interpretiere. Was auch interessant ist mit Sicherheit, das Short Interest, das ist kleiner als 20%, also das ist meine Linie im Sand, aber was natürlich dann hier nach sich ziehen könnte, dass wenn es zu einer Gegenbewegung kommt, dass das vielleicht eine Short Squeeze nach sich ziehen könnte. Allerdings ist das eher eine zusätzliche Information an der Stelle, die ich als Check in my favor sehe, aber alles in allem eben nicht zwangsläufig unbedingt benötige. Hier ein Blick dann auf den Chart, nach Börsenschluss gemacht, also das bedeutet, ich schaue hier, die Aktie grün geschlossen. Wir sehen auch hier in diesem Zusammenhang bei fast 23 Dollar dieses Screenshot eben tatsächlich gemacht, die Aktie hat nicht ganz so stark geschlossen, aber nichtsdestotrotz kannst du hier schon erkennen, es gab offensichtlich eine verhältnismäßig scharfe Gegenbewegung von den initialen Abschlägen. Die Aktie hatte schon vorher interessanterweise sich schwach präsentiert, also vor dem Earnings Release. Wir haben eine recht starke Kursbewegung auf der Oberseite gesehen, mit auch entsprechender Markierung neuer Allzeithochs in der Aktie. Nichtsdestotrotz eben, wie gesagt, wir tropften so ein bisschen ab und diese Bewegung beschleunigte sich dann auf der Unterseite und hat jetzt sogar in der Spitze innerhalb von zwei Handelstagen dazu geführt, dass wir trotz starker Earnings eine Korrektur von über 30 Prozent eben zu sehen bekommen haben. Und das ist auf jeden Fall etwas, was uns aufmerksam werden lässt, weil es mindestens die Wahrscheinlichkeit ist, wir reden jetzt davon, dass eben zwangsläufig jetzt neue Allzeithochs markiert werden, aber wir reden mindestens davon, dass bei einer solch scharfen Korrekturbewegung bei recht starken Zahlen in einem eigentlich günstigen Umfeld, wo wir erst kürzlich neue Allzeithochs markiert haben, dass mindestens ein Reversalpotenzial eben tatsächlich bestehen könnte. Und vielleicht sogar einen Schlusskurs hier, um dann roundabout 26, 26,50 Dollar eben, das ist der Schlusskurs vom Vortag gewesen, also vom Montagabend. Am Dienstag sind die Zahlen veröffentlicht worden, beziehungsweise am Montag nachbörslich sind die Zahlen veröffentlicht worden. Und was wir dann in diesem Zusammenhang eben durchaus als Spekulation haben, ist, dass wir vielleicht sogar diesen Bereich zurück anlaufen, was natürlich Bewegung entspricht von, wenn wir uns gehen von 20 Dollar, von der 6 Dollar Bewegung reden, da reden wir von 30 Prozent Aufwärtspotenzial. Was, was eben hier sich aus diesen Gefilden eben tatsächlich ergibt, was natürlich Chance-Risiko-Verhältnis technisch, selbst bei einer Aktie, die einen breiten Spread hat, nicht so ein hohes Volumen und vielleicht infolgedessen einen etwas weiteren Stopp erfordert, immer noch fantastische Chance-Risiko-Verhältnisse eben tatsächlich nach sich zieht. Blicken wir auf die Technik. Also, wir haben hier langfristig das, was ich gerade skizziert hatte, eben vor dem Earnings Release markierte Allzeithochs, neue Allzeithochs, ging dann in Korrektum-Modus, ist aber, wenn wir uns den Chart vorher nochmal genauer betrachten, oberhalb von 16. Dollar technisch weiter bullischer. Also, das ist das letzte relative Tief. Und jetzt, wie gesagt, nochmal die Zusammenfassung. Grundsätzlich dürfen eben diese Earnings als sehr gut gesehen werden. Das Problem, keine Container zwecks Verschiffen bestellter Waren zu haben, scheint lösbar. So schreibe ich es hier an der Stelle im Hinblick auf meine ersten Gedanken, die mich eben nach dem Erreichen dieses Earnings-Releases und der Reaktion darauf eben am Durchfahren, die ich mir hier mache. Vielleicht ist es eine Art Luxus-Problem, wie ich hier auch schreibe. Sprich, ein Drop von rund 20% auf einen soliden Release scheint overdone, also scheint einfach zu viel zu sein. Das ist meiner Einschätzung nach zu stark extensiert auf der Unterseite. Und es gibt eventuell dann entsprechende Gegenbewegung, vielleicht sogar ein Gap Close. Das ist, wie gesagt, der Lauf bis die 26-Gefilde, was sehr optimistisch ist. Wir haben es auch nicht zu sehen bekommen, aber die Reaktion war trotzdem ausreichend stark, dass du sehen wirst, dass sich da ein sehr, sehr profitabler Trade Intraday hat alleine absetzen können. Und eventuell auch in den kommenden Tagen, also wenn dieses Tutorial einläuft, das dürfte irgendwann im März wahrscheinlich sein, irgendwann Mitte, Ende März, kannst du ja nochmal im Nachgang auf die Aktie schauen. Vielleicht ist es in der Zwischenzeit sogar, es hier zu einem entsprechenden Vorausgesetzten Markenfeld bleibt, wie aktuell. Wenn wir ähnliche Wunderheit zu sehen bekommen, logischerweise, wie jetzt im letzten Jahr, Anfang März, Ende Februar, Anfang März, man sollte außer Frage stehen, dass sich denn selbst trotz eines positiven Earnings-Releases hier eine Aktie wie LLS wahrscheinlich nicht auf diesen Niveaus stabilisieren wird können, sondern eher noch eine tiefere Korrektur sieht. Aber sollte das Marktumfeld gegeben den aktuellen Umständen so bleiben, ruhig bleiben in Anführungsstrichen, dann könnte sogar sein, dass wir eben hier diesen Gap Close zu sehen bekommen. Aber das, wie gesagt, erst mal eine sehr langfristige Betrachtung oder im Vergleich zu dem, was ich hier plane zu trainen, das sollte nämlich ein reiner Intraday-Trade eben sein. Und demnach auch hier die kurzfristig von mir identifizierten Intraday-Level. Also ich habe einmal die 22, das ist der Bereich, zu dem wir in der Vorbörse lange Zeit gehandelt haben und auch einiges Volumen gesehen haben. Wir sind dann relativ schwach schon, um 15.30 Uhr veröffentlicht worden, um 21 haben wir gehandelt und dann kam es zu einem richtigen Flush, der sich ausgehend vom breiten Markt eben initiiert gesehen hat. Also das war weniger eigentlich jetzt Schwäche in NLS per se, sondern das war eher so der breite Markt, der hier durch eben diese vielleicht sich beschleunige Rotation aus Growth in Value beispielsweise eben gezeigt hat. Ich hatte dann darunter noch ein Level um 19.50 Uhr. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht unter die 20 rutschen, aber nichtsdestotrotz, dass das vielleicht dann ein Ende-Gelände ist. Also da sind wir dann schon bei Korrektur-Modus von weit über 20%, minus 20% für den Tag. Und da wird dann dieser sogenannte Overdone-Gedanke nochmal sehr, sehr viel aktiver. Und von dort kann ich mir eine sehr, sehr scharfe Gegenbewegung vorstellen, die uns nicht nur zurückführt bis zum S2 dann, also bis 21, sondern vielleicht sogar bis 22 Dollar oder beziehungsweise sogar darüber. Und tatsächlich so sollte es dann auch kommen. Du kannst dann hier sehen, ich habe noch den R1, den R2. 22.50, 23.50, 24. Das ist dann der R2. Das ist tatsächlich sogar die Region, die auch angelaufen ist, wie du es gleich sehen wirst im Chart. Und dann haben wir eben diesen Closing-Preis von 26, den ich aber nicht zwangsläufig eben an diesem Tag sehe, beziehungsweise den hätte man sehen können, wenn das übergeordnete Bild vielleicht sich nicht initial so bärisch dargestellt hätte, beziehungsweise wenn eben der übergeordnete Modus im breiten Aktienmarkt eben weiter sehr, sehr viel positiver gewesen wäre. So, soweit also zu den Leveln, zur Technik und jetzt geht es an die Formulierung eines Plans für den Trade. Also das, was wir jetzt hier alles sehen, das sind Betrachtungen, die vorher stattfinden. Das ist Preparation, also Vorbereitung für den Handelstag. Identifikation ist die Aktie heiß, wie sieht das übergeordnete Bild aus, wie kann ich in diesem Gesamtkontext eben mich positionieren, welchen Bias habe ich, welche Hypothese lässt sich formulieren, welche technischen Level sind relevant, ausgehend von welchen ich dann entsprechend die Aktie traden kann und dann formuliere ich entsprechend eben meinen Gameplan für den Tag. Und es gab tatsächlich zwei Szenarien, also zum einen, wenn Flush in den Open und unter die 22, das war eben begünstigt durch den vorbörslichen Handel, den ich da beobachtet habe, beobachte die PA, das ist also die Price Action, gegen die 21, bei Drop ziehe Flush unter 20 in Betracht. Also dieses Szenario habe ich wirklich auch so formuliert gehabt, platziere Limit auf tatsächlich so den Bereich 19,50, 19,60. Ich warte vor, knapp oberhalb zu kaufen, weil ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht hier in diesem Zusammenhang, ja wie soll ich sagen, vielleicht gar nicht diesen Bereich um 19,50 per se anlaufen. Du wirst gleich feststellen, bei genauerer Betrachtung, der Fill, den habe ich auf 19,48 bekommen. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, da war wirklich so eine Erratik drin und ein solcher kurzzeitiger Sellout-Gedanke, dass hier sogar mein Limit übersprungen wurde und ich nochmal 12 Cent besser eben den Fill bekommen habe, was natürlich sehr vorteilhaft ist. Hat dann auch entsprechend dazu geführt, dass ich natürlich meinen Stopp habe entsprechend platzieren können, eben ausgehend von der ATR. Ich habe hier einen initialen Stopp geplant, dann 20 Prozent von der ATR. Bei 2,37 ATR, die wir gerade hatten, sind das also in diesem Fall rund 50 Cent, die ich entsprechend hier platziere. Ich habe dann an dieser Stelle den Stopp ein bisschen weiter gesetzt. Also der Stopp, der lag dann knapp unterhalb des runden Levels, bei 19, bei 18,90 habe ich ihn tatsächlich gesetzt, also 58 Cent bei dem Fill auf der 1948. Du kannst schon sehen, das ist Szenario 1 geworden und das Ziel ist tatsächlich die Region 23,50, also auch sehr, sehr aggressiv dann an dieser Stelle. Das hat sich dann auch durch das übergeordnete Bild entsprechend dargestellt, weil nämlich sich mehr und mehr abzeichnete, dass vielleicht jetzt auch im übergeordneten Modus, also besonders auch in den Queues, also der Technologiesektor an der Stelle, der jetzt nicht so direkt beginnt oder beziehungsweise der Hauptmarkt ist, den du beim Trading eines solchen Artikels oder einer solchen Aktie, NLS an der Stelle als Fitnessgerätehersteller, in mir betracht siehst. Aber es ist durchaus etwas, was du in dem Hinterkopf hast, was im Gesamtkontext auch in den Kommentaren von Seiten Fatschermann-Powell denkbar war, dass wir vielleicht nicht nur overdone sind auf der Unterseite, sondern dass vielleicht sogar eine sehr starke Gegenbewegung dann stattfindet, die uns trotz initialer Abschläge in den ersten 10 Handelsminuten, wo wir im Nasdaq minus 3,5 Prozent im Minus getradet haben, dass wir eine Gegenbewegung zu sehen bekommen, die uns sogar für den Tag grün schließen lässt. Wir haben knapp, knapp dieses Ziel verpasst tatsächlich und demnach, ich hatte wirklich ein gutes Gespür für den Markt. Also das ist etwas, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen an der Stelle, das wusste ich natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich hatte eine sehr, sehr gute detaillierte Vorbereitung, also ein gutes Gespür einfach, ausgehend von welcher ich in der Lage war, eben diesen Gameplan, den ich hier formuliert habe, auch gut umzusetzen. Eine zweite Möglichkeit wäre gewesen, dass wir gar nicht diesen Flasch sehen, sondern dass wir uns gegen die 22 stabilisieren, oberhalb halten und wenn wir eben die 22 halten und auch oberhalb von WeWarp, dann könnte man long gegen WeWarp sich positionieren, knapp Stop unterhalb. CRV-technisch nicht ganz so optimal, aber dennoch attraktiv genug, dass ich das eben hätte, glaube ich, ganz passabel trainen lassen mit dem CRV von mindestens 3 zu 1, vielleicht sogar 4 zu 1, je nachdem wie stark die Gegenbewegung stattfindet. Vielleicht hätte sich sogar eine trendige Struktur ergeben, die uns, wie gesagt, in Richtung Schlusskurs von Montagabend um 26.30 Uhr tatsächlich tatsächlich führen können. Also, nochmal, es ist Szenario 1 geworden und das führt uns jetzt eben entsprechend zum 1-Minuten-Chart. Du siehst hier die entsprechende Preparation, also das heißt die vorbereiteten Level auch, ausgehend von diesen blauen Niveaus. Da oben diese zwei eng aneinanderliegenden Level, das ist die 23.50 bis 24er-Region, die ich ausgezeichnet hatte, ergebend sich eben primär aus dem Handel der jüngeren Vergangenheit, querstrich dem vorbörslichen Handel und der entsprechenden Niveaus. Und ja, was kannst du erkennen? Du kannst zunächst einmal hier erkennen, dass wir dort diesen Flasch zu sehen bekommen. Das ist eben, wie gesagt, der breite, die Korrekturbewegung, in Anführungsstrichen, die der breite Aktienmarkt eingeleitet hat, die dann eben eine relativ schwache Aktie, wie gesagt, eigentlich die Zahlen stark, aber es wird offensichtlich erstmal bärisch interpretiert, sehen wir eben an dieser Stelle diesen Flasch, der stattfindet und wir rutschen eben tatsächlich an dieser Stelle hier in Richtung, unter die 20 und in Richtung tatsächlich dieser 1950er-Region. Wie gesagt, 1960 hatte ich mein Limit platziert gehabt, es kam ein kurzer Peaks, Anführungsstrichen, der da stattgefunden hat, eben ein kurzer Springen über dieses Level. Ich habe, wie gesagt, nochmal 12 Cent, eine bessere Ausführung bekommen. Du siehst hier den Stop, 1895 war es, das war gar nicht die 90, sondern ich habe noch ein Stück weit drüber eben tatsächlich, das sind wir nur bei 53, nicht bei 58 Cent Risiko. Aber alles in allem, also ein Stop, der offensichtlich nicht angelaufen worden ist. Wir sehen auch ein verhältnismäßig hohes Volumen, was wir hier gesehen haben, vielleicht so eine Art Blowout. Weiß ich nicht, ob ich das zwangsläufig so interpretieren würde, aber auf jeden Fall ist es ein optimaler Entry. Also es war wirklich perfekt, einfach perfekt aggressiv getradet und also aggressiv im Hinblick auf eben das positionierte Limit sind, haben wir einen entsprechenden Fill gesehen und dann dauert es auch nicht lange. Also tatsächlich hält sich das hier in Grenzen, die Nachbetrachtung des Trades, weil die Hauptarbeit hast du im Grunde genommen mit der Preparation gemacht. Also du hast die Vorbereitung so detailliert formuliert und kannst auch sehen, wie mächtig das ist, eben eine entsprechende Vorbereitung eben zu treffen, weil sich dann alles, alles weitere ergibt und du musst im Grunde genommen nur noch auf Autopilot im Grunde genommen dann entsprechend durchgehen. Und ich habe dann in diesem Zusammenhang eben zunächst einmal gesagt, nach der sehr, sehr aggressiven Gegenbewegung, wo ich mir natürlich auch die Frage stellen muss, wir toppen gegen den S1 so ein bisschen aus gegen die 22. Wir sehen eine Gegenbewegung, die an der Stelle mehr als 10% umfasst, innerhalb weniger Minuten. Und da habe ich eine Teilgewinn mit einer von 50% eben der hier eingegangenen Positionen auf den Weg gebracht und hatte dann gesagt, den Rest halte ich, habe ich auf Break-Even getrailt an dieser Stelle, beziehungsweise ich habe tatsächlich sogar initial auf Break-Even getrailt, habe dann tatsächlich sogar gesagt, also sollten wir jetzt hier gegen diesen Bereich abkippen und zurück unter WeWAP fallen, dann würde ich mich aus dem Rest der Positionen verabschieden. Auch da müssen wir uns immer mal vor Augen führen. WeWAP notiert an der Stelle um 21 Dollar, Pi mal Daumen. Wir haben hier eine Gegenbewegung gesehen, an der Stelle von ATR von 2,37. Wir sehen eine Gegenbewegung eben hier an dieser Stelle von einer ATR in wenigen Minuten. Und das ist eben durchaus etwas, was dann durchaus auch rechtfertigen würde, wenn wir jetzt nach diesem Bounce dennoch wird es schwach interpretiert, der übergeordnete Markt. Ich weiß natürlich jetzt im Nachgang, wie sich das alles entwickelt, aber zum Zeitpunkt, als ich den Trade mache, da sehe ich natürlich nicht in die Zukunft. Also ich weiß nicht, ob der Markt jetzt wirklich den Boden schon gesehen hat und wirklich sich so positiv präsentiert. Die Überlegung ist da, ja, und sie ist auch gerechtfertigt, basierend auf jüngsten Entwicklungen, die wir zu sehen bekommen haben, im Hinblick auf die Qs, also beziehungsweise auf den Nasdaq generell und auch entsprechend diesen expansiven geldpolitischen Kurs, aber die Garantie habe ich dafür natürlich nicht. Das bedeutet also, ich würde an dieser Stelle, dann sollten wir zurück unter WeWop kippen, eben tatsächlich auch den Rest der Position rausnehmen. Das ist allerdings nicht passiert. Wir konsolidieren kurzzeitig in diesem Bereich und brechen dann eben auf und machen uns tatsächlich in Richtung R1 auf, den ich ja auch schon thematisiert hatte. Ich habe an der Stelle mir wirklich die Frage gestellt, will ich sofort die 2350, weil ich hatte jetzt den Bereich 2350, 24, will ich den sofort dort mitnehmen oder will ich nicht erst mal warten? Weil könnte ja durchaus sein, dass wir jetzt eine Squeeze zu sehen bekommen, die uns wirklich dann sogar bis in Gefilde hier, recht zügig sogar, bis in Gefilde eben um den Schlusskurs von Montag führt, also 2635. Ich habe dann aber gesehen, nachdem wir in die 2350 gelaufen sind, auch hier hatten wir wieder eine Extension von fast nahezu einer ATR vom WeWop weg, dass wir eben das nicht geschafft haben, sondern wir topten aus und es war eine andere Struktur, die sich hier ausbildete, als jene, die wir in diesem Bereich gesehen haben. Hier war es eine Konsolidierung, die nahezu horizontal stattgefunden hat. Hier sahen wir eher einen leichten Anflug, also das ist nicht ganz sauber zu erkennen vielleicht, aber du kannst erkennen, leicht ein tieferes Hochmarkieren an der Stelle. Und das ist ein Change in Character, könnte man sagen. Also es ist eine Veränderung einfach der Struktur nach der initialen Reaktion hier, nach dem ersten Pull, beziehungsweise nach dem ersten Push gegen die 22. Das ist eben diese horizontale Akkumulation. Ich will es nicht überinterpretieren, weil es ein Ein-Minuten-Chart ist an der Stelle und das ist nur ein ganz kurzes Zeitfenster. Aber das ist einfach ein Change, also das ist eine Veränderung, die da erkennbar ist. Und dann habe ich mich eben entschieden, entsprechend dieses tiefere Tief hier zu respektieren und habe dann an der Stelle eben um 23, 23 eben hier entsprechend meine Position rausgenommen eben tatsächlich. Und ja, das tatsächlich dann an dieser Stelle, das steht übrigens nicht ganz, da steht vierfache ATR über WeWop. Vierfache ATR. Das war, das habe ich, das ist nicht richtig, das ist einfach ATR. Vierfach wäre gewesen, wenn ich jetzt mit einem 20% ATR-Stop gearbeitet habe. Das ist meine Aufzeichnung nicht ganz korrekt. Das war das Stop-Niveau, was ich initial eben hier gewählt habe. Und ja, wie gesagt, 23, 23 eben entsprechend der Exit zu dem Trade. Wir haben auch in den Folgestunden dann eben tatsächlich jetzt nicht ganz geschafft. Also der breite Markt sich erholt, zeigte, hat die Aktie eben kein weiteres Momentum aufgenommen. Aber nochmal, was nicht ist, das kann durchaus in den kommenden Tagen hier im Anschluss noch werden. Ich sollte auf jeden Fall die Aktie weiter beobachten, denn eventuell ergibt sich eine Möglichkeit, diesen Pull-In eben hier oder diesen Push-Back zum Schlusskurs vom Montag um 26, 26, 30 eben zu traden. Und ja, drei Punkte, die ich gut gemacht habe im Zusammenhang mit dem Trade. Also zum einen sehr gute Vorbereitung, sehr gute Interpretation auch der Earnings, auch entsprechend auf diese Price-Action, die stattgefunden hat, die mir geholfen hat, ein sehr, sehr interessantes Chance-Risiko-Verhältnis eben tatsächlich dann für einen Trade zu formulieren, der sich hat hoch profitabel handeln lassen. Sehr geduldig nach dem Flush in den Open. Ein Bezug auch des übergeordneten Builds mit kurzem Sellout-Mode in Cues, also welcher S3 als Aktion für einen Einstieg in Betracht ziehen ließ. Das war anders formuliert. Ich hätte jetzt natürlich auch hergehen können und hätte zum Beispiel sagen können, ich kaufe S2, also den Bereich um 21, aber ich habe stattdessen eben abgewartet, weil ich das übergeordnete Bild auf dem Parallelbildschirm ablaufen lassen und ich habe gesehen, da kommt kurzzeitig so eine Panik rein, die es sogar denkbar werden lässt, dass wir eben den S2 überlaufen und dadurch eben dann dieser Bereich um den S3 eben den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Und ja, das hat mir eben dann ausgehend von meinem Plan und meiner Disziplin eben ermöglicht, einen wirklich optimalen Entry auf den Trade eben tatsächlich auf den Weg zu bringen. Und nichtsdestotrotz stellt sich schon die Frage, was könnte ich besser machen? Also im ersten Moment denkst du dir, coole Sache, weil offensichtlich bester Einstieg, den du hast eigentlich kriegen können, hast maximal vielleicht einen Spread hinten gelegen auf den Trade, aber ich kann dennoch denke ich etwas besser machen, denn ich habe in diesem Zusammenhang mir natürlich nach der Konsolidierung gegen die 22 die Frage gestellt, ob es hier nicht sinnvoll gewesen wäre, zwar einerseits 50% rauszunehmen, also das Risiko zu reduzieren bzw. eine Teilgewinnnahme auf den Weg zu bringen, aber dennoch muss ich natürlich die Frage stellen, ob ich nach dieser horizontalen Stabilisierung und der potenziellen Akkumulation, die da eben entsprechend stattgefunden hat, dem Halten auch oberhalb von WeWarp, dem Halten oberhalb auch tatsächlich dann der 21,50, ob es dann nicht eventuell sinnvoll wäre, hier das Risiko wieder zuzunehmen und entsprechend dann diesen nächsten Push in Richtung des R1 eben tatsächlich zu traden mit einer dann wieder Vollposition Size, nachdem ich ja das initiale Risiko aus dem Trade im Grunde genommen rausgenommen habe und erst einen Cashflow vielleicht potenziell auch generiert habe für den Trade. Also durchaus ein Gedanke, der für die weitere Entwicklung im Hinblick eben auf die prozessorientierte Herangehensweise hier mit dem Trade eine Herangehensweise ist, auch wenn im Nachgang natürlich fest zu halten bleibt, war ein hochprofitabler Trade, habe alles richtig gemacht, habe einen super Gameplan gehabt, aber nichtsdestotrotz, das ist durchaus etwas, was auch langfristig natürlich einen ganz entscheidenden Unterschied im Hinblick auf die Performance machen kann, wird und deswegen etwas ist, was auf jeden Fall nähere, detailliertere Betrachtung eben in Zukunft erforderlich macht und ein weiteres Studium eben tatsächlich dann denkbar werden lässt. Ja, soweit also zu diesem Trade-Gedanken in LLS, ein Nautilus vom 23. Februar. Ich hoffe, dass du hast aus diesem Tutorial von dir etwas für dein Trading hinausziehen können. Ich hoffe, dass dir das grundsätzlich Spaß gemacht hat und solltest du Fragen haben, stell diese gerne in der Description-Box bzw. in der Chatbox unterhalb dieses Videos. Gehe auch gerne auf jtka-trading.com ins Forum, stell dort deine Fragen, vielleicht auch Trades, die du gerne nachbetrachtet sehen möchtest, in irgendeiner Form, ich bin da wirklich offen und auch liebend gerne oder sehr empfänglich für entsprechend eben den Input, der es mir ermöglicht, dann auch weitere Tutorials hier zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche dir jetzt erstmal happy Trading. Pass auf deine Stops auf, wir hören voneinander, bis zum nächsten Tutorial. Ich freue mich drauf, hab dich wohl, mach's gut, bis dann. Und tschüss. Ich freue mich drauf, hab dich wohl, mach's gut, bis dann.